Einen wunderschönen Tag, meine Freunde, willkommen zu einer Runde PUBG. Ja, habt ihr richtig gehört, das Spiel gibt's noch. Uns kam letztens die Idee, ja, wir könnten ja mal PUBG spielen. Äh, also haben wir das getan und das war eine ganz gute Runde. Ich spiele übrigens zusammen mit Suki und mit G-Thang, der ehemaliger Profi-Pubji-Gamer ist. Ich denke, das Spielprinzip von PUBG muss man keinem erklären. Aber für die, die es nicht kennen, ist eins der ersten Battle Royales, ne? Zone kommt, Zone wird immer kleiner, wer am Ende lebt, hat gewonnen. So, wir gehen rein, viel Spaß. Was ist denn hier los? All right. Was ist das denn jetzt? Loot? What happened? Was ist das für ein Film jetzt? Was ist das? Ich bin dem eigentlich, ich geb's hier auf einmal. Oh no, ich blüte ihn ab. Wir springen nach gut immer was aus, bevor es Loot sich abschließt. Äh, warum leuchtet das hier blau? Ähm, da was blau leuchtet, gibt's Loot von allen Maps. Ich muss den Fahrstab öffnen. Komm ich da drüber? Mhm. Fahrstab öffnen? Nein, nein, das reicht. Nee. Oh, das muss er eigentlichen. Das tut mir vielleicht reicht's auch nicht. Ihr seid Cheater. Ich lande im Wasser. Wie kann das denn passieren? Ach, das schöne Fahrt. It's okay. Ich lande im Wasser. Ui, ui. Ein bisschen schwimmen ist doch cool, oder? Oh, T3 wäre es so direkt. Ui, ui. Geht das noch mit der Pfanne? Ja. Nicht genug Platz. Toll. So viel dazu. Direkt muss ich in den Dazin, also unten, auf den Spot, unten links. Was ist denn ein Dingens? Jetzt habe ich eine Drohne gefunden. Das ist ein Rumpfling mit dem Teil. Ja, es gibt komische Sachen im Spiel mittlerweile. Guck mal hier. Ich meine Fahrrad, ne? Hinter dir G. Naja. So, wieder abbrechen? Aha, cool. Ich wüsste nicht, in welcher Situation du das Teil brauchst. Äh, no! Oh, vor allem. Leute, das gilt als Waffe. Jetzt habe ich meine AK dafür weggetan. Scheiße. Wir waren hier alleine, oder? Ja. Dann Happy Looting oder so. Ach, also, Sanitätswaffe? Was ist denn Sanitätsausrüstung? Keine Ahnung. Vielleicht kann man sogar wiederbeleben oder so mit dem Zeug. Kann auch sein. Ist noch ein M4 drin bei mir? Wo? Am Kumi. Ich glaube, ich mache AKSKS. Ich probiere es zumindest mal. Hier sind überall T2-Westen. Hier ist eine K. Ah, okay. Oh, die nehme ich. Hier. Äh, markiert. Aber die Lootphase in PUBG ist halt echt Urlaub, ey. Ich würde sagen, mir geht es ganz gut. Ein paar Aufsätze noch für meine SKS und dann bin ich fein. Also, ich habe jetzt noch 2-4, brauchst du noch eins? Mhm. Okay, okay. So geht es wahrscheinlich auch, oder? Ne, ich habe einen. Dann müssen wir auch schon los. Mönchstion. Okay, let's go. Mal die Brücke. Was ist denn ein Auto? Ich habe gar kein Ding ins, ey. Das war ein Motorrad. Was ist denn? Keine Energy oder sowas. Ich habe einen First Aid, aber kein Energy oder sowas. Warte, ich droppe dir. Ich habe 5 Medikits. Was? Weißt du was? Wie kann ich 1 droppen? Du hast 5, willst du mir 1 geben? Wir nehmen den DeLorean. Nice. Zurück in die Zukunft. Let's go. Oh, es steps. Ja. Ja. Ah, brav, brav. Spray, spray. Warum ist so ein Scope auf meiner Acker? Da ist kein Holo mehr drauf. Du musst du voll rudern, ey. Hast du noch 5, 5, 6, Money? Ich nicht, ne? Push to the next, Compound Team, push. Ein bisschen weiter weg, durch. Da hinten, ne? Ja, nichts. Ich habe keine 5, 6, 6, doch, ich habe sogar 30 Schuss hier. Braust du nicht? Ich habe nur die andere Munition. Kann dir an die andere Muni geben, wenn du willst. Ja. Warte, ein bisschen hier. Dankeschön. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Da oben auch. Ähm, neben dem Baum. Neben dem Baum? Ja, bei dem Gebäude da hinten. Auf 200. Ja, das ist ein Meer auf jeden Fall. Der Gewächshauscamper da hinten nervt ein bisschen. Schießt ihr auf die? Die sind auf einen anderen Grad zu 80. Ja, die meine ich ja, die auf dem... Die Gewächshausboys. Hat einen noch. Halt's ob. Oh, voll, der hat uns überlebt. Oh, keine Munition. Der ist down. Äh? Ich habe den Lock bei dir. Ich sehe niemanden. Das SKS-Magazin ist ja furchtbar. Ich furchte jetzt mal zu dem Compound hier vorne. Er ist wohl tot. Hm, das... Läuft noch einer, 120? Den habe ich auch gesehen, ganz genau. Ja, Shots von allen Seiten hier. Da unten ist nur einer. An dem Marker. Oh, okay. Ich ballern immer noch von der anderen Flussseite. Ja, den habe ich gerade. Okay. Dann ist ein... Äh... Hier alt. Noch. Auf meinem Marker. Das ist eine K, oder? Der piekt immer so ewig lang und zielt stundenlang. Dass ich Schiss bekomme. Immer noch unten am Stein. Und davon ist ein Spieler. Und die Straße lang, so 240 sind. Da stehen zwei sogar. 240. Immer noch unten am Stein, wo markiert es von mir, ne? Endlich. Wieder ist da. Andere Seite auch noch. Dann wächst das immer noch. Immer. Immer noch? Okay. Ja. Ne, links davon. Hm, ist ja nix. Nur fetten Baum, nur 10. Hinter uns halt irgendwie auch noch. Irgendwo, ne? 335 auch noch. 335 auch noch. Noll. Da ist noch Muni. Da ist sogar zwei da oben. Oh. Hä? Ah, der ist am Liegen. Deswegen hat er sich nicht verzogen. Lull. Aber dieses Spiel ist halt einfach nur Stellungskrieg. die ganze Zeit so, ne? I can't see anything. Oh, da ist jemand. Da vorne ist jemand. 265. Und der Baum hat sich, glaube ich, hingelegt gerade. Das war der einer von den Strippern, glaube ich, gerade. Schießen irgendwie auf uns ein. Weißer? Hit. Sonderseit ist ein Haus. Ganz weg. 155. Die vor uns, die wollen kommen halt. Der kommt ja von hinten, wird eh nix treffen, denke ich. Oh, oh. Der hat ja gar nix getroffen. Ne. Aber ich hab voll live. Der hat überhaupt nix getroffen. Hab ich nicht Granaten? Jo, lol. Wo ist er denn hin? Hinter die Hütte hier. Ich seh' noch ein. Ah. Duaaah. Und der Baum ist noch ein auf 250? Hier close. Am Haus, da ist auch noch einer. Oh, Gott, ich spiele gerade echt dumm gerade. Muss ich kurz heilen? Oh. Oh, close. Ähm, Gene, wo bist du? Äh, von hinten kommt einer. Ja. Ja. Hab ihn. Schön. Wir werden gerade ein bisschen umlaufen. Ich hab einen. Noch ein. Oh, ich muss weg hier. Nein, ich bin knocked. Der letzte Glabierer. Er kommt bei mir. Hab ihn. Nein, ist okay. Das Team ist tot. Let's go. Ich bin im Haus. Kannst mich safe aufheben? Es wird, es wird. Mhm. Oh, Stepp. Vorsicht. Nee, ist sie. Ah, okay. Die Zone kommt auch, ne? Ihr könnt den Buggy nehmen. Das steht hier links an der Straße. Ich laufe schon mal vor. Ah, muss gerade mal ein bisschen looten. Der West ist kaputt. Und ich brauche neue Muni und so. Was hat er denn dabei? Cool. Wie kann ich... Achso, meine West ist kaputt. Was mit dem einen, der von hinten ran getrunken hat? Wie kann ich mich wieder full, full heilen? Er ist auch dead. Okay. Oh, hier ist ja schon die Zone. Scheiße. Ich kann den Buggy nehmen an der Straße einfach und reinfahren. Macht die schon viel Damage, die Zone? Ähm, geht so. Also wenn die zu macht, dann... Komm, hier ist der Buggy. Hey, du Penner! Ich bin hinter dem Haus hergelaufen. Nimm das Gesamtwort unterwegs. Komm jetzt! Schnell! Ja! Los! Oh, oh. Wie kann ich mich full, full heilen? Energy und Pillen. Okay. Oh, direkt vor uns. Ich brauche unbedingt ein Extended Mag für meine Dingens, ey. Down. Nice. Aber da ist noch einer. Genau an der gleichen Stelle. Da hast du eingekillt. Ich habe eingekillt. Okay, dann sind beide tot. Aber wenn die kurz looten, ich brauche Utility. Ja. Komm, wir sind auch dahin. Mhm. Ich sitze vorne. Ein Schwein. Halt, Stopp. Äh, war das hier? Ja. Alright. Box ist irgendwo. Hier ist die Box. Mhm. Nimm die Amor, ja? Was? Mach das. Mach das. Wo ist der Zweite? Ähm, der muss mit uns liegen noch. Ich brauche unbedingt mehr Staff hier noch. Oder? Ja, hier in der Straße von, ne? Was brauchst du denn? Er wollte hier rüber laufen, oder? Ach, scheiß drauf. Ne, ich brauche, keine Ahnung, ich habe nur noch zwei Energies. Ich brauche Mad Kids, ich brauche, ähm, ja. Ich kann die Mad Kids abgeben. Ja, gleich. Die weiß nur nicht, wie ich das Stack trocken kann, also. Das weiß ich nicht alles noch mal. Mit steuern oder mit allen? Oh mein Gott, was heißt denn für ein Drop da hinten? Ist das normal? Ja. Was ist mit dem Drop? Da kommen... Guck doch mal, das sind fünf. 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 Ich habe mir jetzt fertig mit Essen. Und Gilly, cool. Oh, perfekt. Ein Extended Mac. Hier ist noch ein Gilly-Suit, wenn jemand möchte, ne? Auf... Ah! Oh ne, ich kriege den nicht. Aber man kommt nicht an den Drop, oder? Oh ne. Und wo kommen die ganzen Shots? Da, außer der Zone. Ach. Oh, fuck. Hab einen. Da ist noch einer. Wo ist da? Oh, scheiße! Ähm, auf... Auf 120. In der Smoke, ja. Okay. Boah. Kann ich jetzt den Gilly luden? Was mein dir? Ja, einer läuft recht rum. Wie war der vor? Einer ist aus der Smoke raus. Ist hinter der Mauer links von der Smoke. Zweiter, glaube ich, auch sogar. Äh, scheiß Prosi, die ich hier hab. Wie viele sind noch im Leben, ne? Habe ich Mündungsfeuer, wenn ich einen Schalldämpfer benutze? Ähm, no. No, no. Das heißt, der kann mich wahrscheinlich gar nicht gespottet haben gerade. Also, ein Typ auf jeden Fall auf dem Marker hinter der Mauer. Äh, scheiß auf mich. Und da ist das zweite Team auch... Ach so, hat er auf dich geschossen? Mhm. Wo ist das zweite Team, was noch lebt neben uns? Noch ein Trip runter hinter uns. Hinter uns? Ist alles voller Kisten. Ist doch gut. Aber brauchen wir die noch, ist die Frage. Oder werden die abgeaimt? Ja. Ah, ich seh eins. Da. Äh, da ist jemand. Ein Hit, Alter. Tot? Ne. Einer nockt. Ich hab jemand mit der Carl getroffen. Da ist. Auf Auto. 50. 15. Aber der ist gestorben. Einer ist finished. Wo? Oben auch. Da liegt direkt im Stein. Hinter uns sind halt zwei Leute, ne? Hinter uns? Ne. Ja, doch. 155. Ach so, das meinst du mit hinter uns. Mein hinter uns ist woanders. Drei Leute. Naja, es lebt von dem einen Team hab ich eingekillt. Oder es sind Solos. Keine Ahnung, auch möglich. Jetzt geh mal noch an den Loot. Scheiß drauf, hab Bock. Gehen wir noch an der Sohn? Äh, jaja. Oh, ne Abel. AWM? Gönnung. Äh. Drei Leute sind an der Halle schon unten dran. Hier ist noch ne AWM. Will einer? Ne. Hast du Sniper, ne? Jaja. Die Dingens, die L96 quasi von Russ. Was wird da gesmoked bei dir? Nicht. Das ganze Zeug hier könnt ihr noch in Ruhe looten, wenn ihr wollt, ne? Ich treffe den Bot nicht. Ist alles voll stacked. Hier sind noch Dreierhelme und so. Was machst du da, Suki, töte? Ich versuche den Bot töten. Oh, je, 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 je. Nicht gucken, nicht gucken, nicht gucken. Ich muss nicht mal sehen. Ich höre schon, dass es furchtbar ist. Ich gucke. Wenn es sich auch drauf ankommt, dann, ne? Muss ich nicht. Bist du steppst, okay? Ja, ich bin hinter dir. Ups. Okay, da reden wir auch nicht drüber. Hab ich Suki ausgelacht? Nein. Würde ich nie tun. Vorsicht. Genau da am Baum, Suki, ist einer. Bitte? Wo denn am Baum? Direkt links vom Baum. Ne. Treff nix. Welchen Baum? Hab ihn. Geht doch. Das war ein Kopfschuss. Äh, hier. Hast du noch ein Sniper? Da, wo ich markiere. Hast du mitgenommen? Ach, ne. Ne, ne, kann ich ja nicht. Stimmt. Ich bin direkt östlich in der Halle. Da ist eine drin. Linke Seite. Bliekt jetzt. Gehen. Ist rausgelaufen? Fahne, nehme ich mit. C4 hatte übelweit Damage, ne? Ja. Hey, Feuer. Das kann aber nur 20 Zentimeter geschmissen, den Scheiß. Also, da liegt ein C4 in der Nähe von dir, Suki, ne? Nicht in die Richtung Marker gehen. What? Wow. Puh, die Explosionen, ey. Ich habe mir dieser Wurf. Hab einen. Noch. Ist der noch? Ja, ja, einer ist noch. Ich weiß nicht, wo der zweite ist. Es sind nur noch einer übernehmen. Einer ist immer noch in der Halle da vorne. Ja, der ist noch hinter der Halle. Oh, schön. Nice. Yeah, wieder wieder dick dinner. Easy. GG. Sogar Kills gemacht. Yes. Nice. Sogar drei Kills gemacht. 293 Schaden. Let's go. Wup, wup, Suki. Wup, wup. Level 17. Wup, wup. Bis zum nächsten Mal.